Brillenträger kennen das Problem. Ich habe eine Zielscheibe vorne, ich habe eine Visierung und irgendwie will auf den Teufel komm raus, das Ganze nicht wirklich funktionieren, dass ich was Vernünftiges treffe. Dafür gibt es Schießbrillen. Wer meinen YouTube-Kanal eine Zeit lang verfolgt hat, wird über das eine oder andere Video zum Thema Schießbrille gestoßen sein. Schießbrille ist ein heikles Thema. Es ist deswegen heikel, da die Art der Schießbrille, die man verwenden möchte oder soll, stark davon abhängig ist, welchen Verband ich bin und welche schießsportliche Disziplin ich nachgehe. Bin ich zum Beispiel klassisch in einem DSB-Verein, wo ich nur statisch schieße, dann hat man die Möglichkeit, über diese Brillen wie von Knobloch, Champion und so weiter, die so ein bisschen aussehen wie von dem Borg, hier mit diesen ganz komischen futuristischen Gestellen, um eben nur ein auf 25 Meter angepasstes Glas mit Diopter drin und so weiter, damit ich das Ziel vernünftig treffen kann, anfertigen zu lassen. Ich persönlich mag diese Dinger nicht und zu meinen DSB-Zeiten habe ich mir seinerzeit mit einem Optiker bei mir hier aus der Gegend eine Brille bauen lassen aus einem ehemaligen Brillengestell von mir. Der eine oder andere wird sie noch kennen. Achtung, jetzt kommt ein Schmock. Ich habe hier ein Kunststoffglas, in dem eine Linse eingesetzt wurde und eine Irisblende. Durch die Verstellung der Irisblende habe ich die Möglichkeit, die ganze Optik so anzupassen, dass ich meine Visierung, gerade beim einarmigen Schießen, gut sehen kann. Sie hat auch für mich relativ gut funktioniert, aber für das, was ich heutzutage schieße, da ich auch nicht mehr im DSB-Mitglied bin, ist sie nicht mehr aktuell. Da muss sie etwas anderes her. Im BDMP sagt die Sportordnung aus zum Thema Brille. Es muss eine Schutzbrille getragen werden. Eine normale Brille, die mit einem entsprechenden Seitenschutz versehen wird, wird einer Schutzbrille gleichgestellt. Das hier wäre jetzt so klassisch eine Schutzbrille. Sie geht komplett um die Augen herum, um zu verhindern, dass seitlich etwas reinfliegen kann. Und ich habe hier einen Schutz von oben, um zu verhindern, dass Hülsen von oben reinfliegen können. Schwierig bei diesen Gläsern ist aber, durch diese extreme Krümmung neigen viele der günstigeren Brillen zu Verzerrungen. Und das kann wieder dazu führen, dass man eben nicht mehr wirklich das so sieht, wie man eigentlich sehen möchte. Ein weiterer Aspekt ist, was mache ich denn, wenn ich Korrekturgläser brauche? Ja, es gibt für diese Art Brille auch solche sogenannte RX-Einsätze. RX-Einsätze sind Korrekturlinseneinsätze, die werden hinter die Gläser geklemmt. Und damit habe ich dann meine ganz normale Korrekturverglasung da drin. Hat aber den Nachteil, dass aufgrund der Bauweise dieser Art Brille ich nicht die Möglichkeit wirklich habe, eine Brille so an meine Gegebenheiten anzupassen, in Sachen Höhe und so weiter, wie es eigentlich für eine korrekte Brille erforderlich ist. Beim X-Miss Cup in Butzbach letztes Jahr, im Dezember, habe ich mich mit einem Augenoptiker unterhalten, dem Optiker Haltmeier aus Butzbach. Und er bietet dieses Thema Schießbrille aktiv an. Er bietet aber auch eine Alternative an, die auch ein bisschen kostengünstiger ist, aber trotzdem seinen Zweck erfüllt. Und zwar geht er den Weg, als Alternative, über Arbeitsschutzbrillen. Aber Arbeitsschutzbrille nicht wie eine solche, sondern das ist eine Arbeitsschutzbrille. Ja, sie sieht aus wie eine ganz normale Brille. Sie hat seitlich den Seitenschutz. Wir setzen sie auf. So, mit dieser Brille, behaupte ich jetzt einfach mal, sieht man nicht wirklich wie ein Außerirdischer aus. Sie hat aber einen Nachteil. Und dieser Nachteil ist, ich habe keinen Schutz von oben, um zu verhindern, dass Hülsen von oben reinfliegen. Aber auch hier sagt die Sportordnung, eine solche Brille und eine Basecap und ich habe den Schutz von oben gewährleistet. Das heißt, diese Brille ist in dieser Form vollkommen okay. Was mit dieser Brille jetzt gemacht wird, ist, man steht tatsächlich im Geschäft, in der Werkstatt und dort wird mit einer Waffe in der Vorhalte, wird ausgemessen, welche zusätzliche Einstellung im Glas benötige ich, damit ich tatsächlich das Korn vorne und die gesamte Visierung gestochen scharf sehe. Und zwar ohne nennenswerte Anstrengung. Es ist ein komisches Gefühl, mit einer Waffe in einem Geschäft zu stehen, aber das ist man dort gewohnt. Personal wie auch Kundschaft. Zumindest kamen keine schwarzbekleideten rein. So, ich habe das jetzt auch hier im Zug meines kleinen Trockentrainings mit der Laserpatrone auch ein bisschen getestet und ich sehe tatsächlich das Korn und die Kimme gestochen scharf. Und zwar ohne, dass ich eine nennenswerte Zeit brauche, damit mein Auge sich an die Schärfe und an das Fokussieren herantasten muss. Also von daher absolut an das Team vom Optik-Haltmeyer, absolut beide Daumen nach oben. Absolut cool. Was hier auch die Möglichkeit besteht, ich kann natürlich diese Brille mit entsprechend Kontrastgläsern bestellen, anstelle von klaren, sprich mit gelben Linsen. Das kann ich tun. Ich habe aber auch die Möglichkeit zu sagen, und deshalb für diesen Weg habe ich mich entschieden, über ein Clip-on zu gehen, da ich die gelben Gläser nur dann benötige, wenn ich auch tatsächlich auf einem Stand bin, wo die Lichtverhältnisse dieses erfordern. Und das heißt, ich habe ein Clip-on, der klappbar ist. So, und jetzt habe ich Kontrastgläser. Gelb. Verändert sich kurzfristig die Beleuchtung, kann jetzt einfach hochklappen und ich bin wieder ganz normal. Der Preis für eine solche Brille ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Zum einen, natürlich, jeder Brillenträger weiß das, der Preis für die Brille hängt sehr, sehr stark von der Korrektur ab. Wie dick müssen die Gläser werden, was für Gläser kommen da rein, etc. Ein weiterer Aspekt bei dieser Brille ist natürlich auch die Gestellgröße. Dieses Gestell gibt es in verschiedenen Größen. Wir haben, ich glaube, das 48er genommen. Genau, das ist die 48er Breite, die gibt es, glaube ich, bis hoch bis 52. Die aber für mein Gesicht, weil ich ein recht schmales Licht habe, zu breit gewesen wäre. Und diese Brille hat jetzt gekostet und wir bewegen uns hier keinen Sonderpreis oder irgendetwas. Aber diese Brille, so wie sie hier jetzt liegt, mit dem Clip-on, habe ich 200 Euro glatt. Und das ist ein durchaus absolut mehr als fairer Preis für die Arbeit, die auch geleistet wurde. Das ist inklusive allem. Habe ich jetzt eine Brille mit einem größeren Rahmen, sprich einem 50er oder 52er Rahmen, dann kann es passieren, dass die Brille an sich ein bisschen teurer wird, weil größere Gläser gewählt werden müssen. Dank der kleineren Fassung konnte der Augenoptiker hier hingehen und konnte tatsächlich eine kleinere Linse nehmen. Und damit war diese ein paar Taler, ich glaube, 10 Euro das Stück, günstiger. Also von daher muss ich ganz ehrlich sagen, absolut top. Ich werde in zwei Wochen, ist es glaube ich, haben wir das nächste Training, da werde ich sie tatsächlich im Live-Betrieb auf dem Stand testen. Und da bin ich mal ganz gespannt darauf, ob sich da tatsächlich für mich in Sachen Trefferbild etwas verändert. Hat euch das Video gefallen? Liked mich, abonniert mich, bedient das Glöckchen. Nur so kann dieser Kanal auch wirklich wachsen. Ich danke euch, bis dann. Ich danke euch, bis dann.